Oh man, okay, also nach sehr langer Wartezeit bin ich jetzt endlich reingekommen und allein schon dieser Hintergrund hier, der weckt so viele Erinnerungen. Es wird glaube ich einfach nur krass. Ich habe gerade auch direkt den neuen Pass geholt, der jetzt gar nicht Battle Pass heißt, sondern OG Pass. Und ich muss noch was zum Hintergrund sagen. Bei meinem Profilbild, was ich wirklich schon lange drin habe, sieht man sogar auch hier diesen Hintergrund. Das ist natürlich komplett OG und damals aus Kapitel 1 gewesen und allein deswegen schon ist es einfach nur nice. Ich kann auch den Battle Pass ganz schnell mal zeigen. Hier gibt es einmal ganz vorne die Spekta-Ritterin, natürlich angelehnt an die rote Ritterin bzw. an den schwarzen Ritter damals aus Season 2, ultra nice. Dann gibt es hier den Split-An-Skin noch. Da ist jetzt nichts Besonderes ehrlich gesagt, aber ich glaube das Zeug, das hat eh schon jeder gesehen. Das wurde echt viel geleakt, aber der Skin natürlich ultra nice. Maradören Lux, ultra heftig, angelehnt an die Renegade Raider. Sehr, sehr nice. Kriegt hier sogar noch einen zweiten Stil. Und dann gibt es noch Omega Rück, der Ragnarück natürlich auch komplett neu gemacht. Auch der hat noch so einen finalen Stil. Und man sieht schon, der Pass ist relativ klein, sage ich mal. Denn die Season geht ja auch nur einen Monat, deswegen gibt es ja auch noch 50 Stufen. Aber es gibt auch Bonus-Sachen. Hier nochmal ein Skin-Stil für die Maradeurin. Hier auch coole Musik. Ja, heftig, weil wie gesagt, ich glaube, den Pass gern jeder, deswegen nicht so wichtig. Ich wollte sogar einfach mal eine Runde spielen und die erste Runde natürlich auch hochladen. Eigentlich spiele ich immer Zero-Build momentan, aber ich glaube, ich muss wirklich Belle Royale normal spielen, weil damals kommt natürlich auch Bauen und ich brauche dieses alte Feeling, deswegen erste Runde. Ich gehe direkt mal rein. Und das wusste ich sogar nicht mal. Wir haben die ganz alte Startinsel zurück. Also selbst das wurde komplett zurückgebracht. Alte Karte, alte Startinsel. Oh mein Gott, diese ganzen alten Orte. Es ist wirklich die Season 5 Map, wie ich es mir gedacht habe. Ist das einfach nur krass. Ich bin damals oft in Snobby gelandet und natürlich auch in Shifty oder Tilted. Das waren so echt drei sehr, sehr krasse Orte für mich. Oh, krass. Das ist die alte Map. Also ich habe gerade sogar direkt einen Bug, dass mein Bus einfach vorne ist, aber komplett egal. Äh, wo springe ich raus? Ich springe, glaube ich, Shifty raus. Ab nach Shifty. Ist das krass. Die Karte konnte man einfach so in diesem Zustand seit Jahren nicht mehr spielen. Ist das krank, Mann. Da ist sogar dieser ungekippte Bus. Ich glaube, die Karte ist wirklich 1 zu 1 wie damals einfach. Tilted. Da war damals immer so viel los, aber für uns geht es auf jeden Fall nach Shifty. Auch eine sehr, sehr geile Hood natürlich. Oh mein Gott. Okay, ich lande einfach mal hier. Es sind auch die ganzen alten Sounds zurück. Ich weiß gar nicht. Kiste. Ui. Okay, okay, okay. Komm, ich brauche hier eine alte Pump. Ist das die alte Pump? Doch, das ist die alte Pump. Ui. Es wäre so geil, wenn man jetzt Double Pump machen könnte. Wollen wir es testen? Wir testen es. Es geht natürlich nicht. Schade, Mann. Ich habe es so sehr gehofft. Grappler nimmt man auch mit. Oh, die Pump. In Grau. Kann man hier noch? Ja, okay. Man kann sogar noch klettern. Unter mir ist, glaube ich, einer. Da ist er. Ist das ein Bot? Ich weiß nicht. Versucht zu bauen. Entweder er war Lost oder ein Bot. Aber den Kill nimmt man natürlich mit. Ui, ui, ui. Diese ganz alten Texturen. So diese alten Munitionskisten. Oh, ist aufgerug. Oh, Mann. Ist das schön. Schiff, die... So lange nicht mehr hier gewesen. Wie schön diese Karte einfach ist. Oh, Mann. Oh, die alte Handkanone. Ich glaube, ich gönne mir hier mal den Jiggy Jaga und dann ab mit der Handkanone. Ist das krass. Loot Drop. Der alte Loot Drop. Okay, ich würde sagen, ich ziehe damit jetzt einfach nach Tilde drüber. Ich weiß gar nicht, ob ich die Taktische mitnehmen soll. Die habe ich damals auch oft gespielt. Aber ich bleib einfach mal bei der OG Pump. Da ist jemand. Komm, den holen wir uns einfach. Renn nicht weg, Kollege. Und du bist tot. Ui. Schmeckt. Oh, das alte Sturmgewehr. Boah, das hatte ich auch schon so lange nicht mehr. Oh mein Gott. Ist das nice. Ich muss echt sagen, es fühlt sich ein bisschen falsch an, einfach auf dieser Karte gerade zu spielen. So, ist das einfach real? Ich kann es gar nicht glauben. So, es geht nicht hier in Tilde, aber mal gucken. Oh, der Sound. Ui. Mir fällt auch gerade auf, es gibt einfach keine Barren. Die gab es damals nicht und deswegen gibt es sie auch jetzt nicht. Okay. Oh, die Golf Cards. Stimmt ja. Neben dem... Oh, ich wollte gerade sagen, neben dem Einkaufswagen war es das einzige Fahrzeug und hier ist direkt ein Gegner. Digga, der war echt lost. Okay, aber das Golf Kart, das nehme ich mir direkt mal. Das bin ich auch schon so lange nicht mehr gefahren. Ist das nice. Oh, 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 oh. Aussteigen, aussteigen. Oh, no, 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 no. Nee, 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 nee. Bro, chill mal, chill mal. Oh mein Gott. Was geht hier ab, was geht hier ab? Ganz ruhig, Leute, Leute. Ganz ruhig, ganz ruhig. Bro, wer ist denn er? Wer bist du, Junge? Chill mal. Oha. Ey, wer treibt der komplett? Ich bin halt trotzdem krasser, ey. Also die Materialien sind bei 500 auf jeden Fall begrenzt. Ja, es ist nicht so schlimm. Taschenriss. Oh, sehr wichtig. Was ich mich gerade frage ist, gibt es eigentlich auch wieder Fallen? Muss ich jetzt auf Fallen achten? Wie ganz früher. Ich überlege gerade, ob ich wegriften soll. Ich hoffe, das klappt, wie ich denke. Es hat nicht geklappt. Schaffe ich es noch, hochzurennen? Ja. Bitte, 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 bitte. Okay, ist weg. Ich brauche Blue Life. Ich glaube, die Chest war unten im Keller. Ja. Okay, die Zone kommt und ich habe kein Blue Life. Das ist eigentlich nicht so gut. Boink. Oh, da hat ein Einkaufswagen. Den schnappe ich mir direkt mal. Ich glaube, da konnte auch vorne immer so ein Kumpel drin sitzen. Man konnte auch sich selber so reinschmeißen und halt irgendwo runterrollen. Man hat sich damals einfach so Rampen damit gebaut. Okay, ich habe jetzt echt kein Blue Life, was echt nicht so gut ist. Oh mein Gott, das geht ja ab. Da ist einer am Wasser. Vor mir rechts, glaube ich. Oh no. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Weg mit dir. Denkt er sich denn? Okay, ich glaube, da oben zu bleiben, wäre nicht so schlau. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier Birgit drin ist oder irgendwas. Komm, bitte. Nee, nicht so okay. Ja, komm. Handkanone lassen wir mal da. Ich hätte jetzt gerade so richtig Bock auf die alte Scar. Ey, baut sich schon wieder hoch. Nein, 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 nein. Und weg mit dir. Oh, schön Fallschaden. Ich glaube, es geht immer mehr Seilrutschen, oder? Dieser Ausblick. Oh man. Das ist die Divot. Da hinten ist einer. Ich bin noch in der Zone. Ich weiß noch, damals gab es noch mal so krasse Runden. Da haben Leute irgendwie gefühlt 20, 30 Leute geholt. Ich glaube nicht, dass das heutzutage noch möglich ist, aber ich bin mal wirklich gespannt, wie die anderen spielen. Oh, dieser Sound. Ich komme immer hier runter. Boah, ist das old school. Da ist einer. Die Pilze will ich noch schnell mitnehmen. Oh no, die Fighten. Muss ich da jetzt ganz schnell hin. Oh no. Was ist denn mit dem los, ey? Ist das ein Bug? Hä? Was ging denn bei ihm? Bro, du. Nee, 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 nee. Bro, entspann dich mal. Holy, wie er mir einen Hit gibt. Oh no. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Okay, man. Jump it. Bro, entspann dich doch. Alles ist gut. Oh no. Soll ich jump it? Ich glaube, ich jump it. Okay, never mind. Kein Jump it. Aber jetzt kommen alle plötzlich. Ich dachte mir gerade so, okay, wo sind eigentlich die letzten? Ja, die sind alle hier unten gerade. Oh no, oh no. Oh no, oh no, oh no. Okay, den haben wir. Ei, ich habe Angst. Biggie? Gönne ich mir. Blauer Kettenwerfer? Boah. Ich glaube, ich höre hier einen. Nehme ich die mit? Ich nehme sie einfach mal mit. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Und ich weiß nicht, wo der Typ ist. Ist der hier unten? Ich könnte schwören, ich habe einen gehört. Oh, 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 oh. Stirb. Oh, der war saftig. Komm her. Okay, das ist aber auch ein richtiger Bot. Die habe ich damals so gern gespielt. Ich lasse sie aber mal einfach liegen. Okay, neun Killzone. Was geht hier ab? Alles mal nachladen. Ey, wie lange war ich hier unten in diesem Ort nicht mehr? Krank, ey. Ich habe das Gefühl, die Zone wird wirklich hier unten sein. Wer da oben ist, hat auf jeden Fall Glück. Ah, Medipack. Oh mein Gott, das alte Jagdgewehr. Ach Gott, ist das alles nice. Das würde ich gerade zu gern mitnehmen. Was lege ich dafür weg? Das ist die Frage. Aber ich will den Rocket Launcher behalten. Der kann mich auch nochmal retten. Ja, ich muss es so machen. Ich muss es einfach so machen. Oh no. Oh no, oh no. Oh no. Good night. Got my eye on you. Haha. Ich habe den gar nicht nachgeladen. Boah, ein so schöner Kill mit dem Jagdgewehr wäre jetzt echt nice. Drei Gegner noch. Echt die Runde auch zu holen, wäre doppelt nice. Ich müsste die Map unbedingt nachher mal in Ruhe anschauen. Was ist das denn da? Oh, dieser Zwerg. Nein. Okay, das ist ein Bot. Das ist ein Bot. Das ist ein Bot. Und. Schade. Und. Warm. Oh, das Jagdgewehr ist so geil. Ich habe das Jagdgewehr so geliebt. Und auch so vermisst. Oh, Airdrop. Da kommt noch ein anderer. Komm, den will ich mit. Jagdgewehr. Okay, er baut sich direkt ein Palast. Also das ist auf jeden Fall kein Bot. Oh, netter Hit. Bro. Er übertreibt direkt. Ich glaube, ich habe ihn aber. Nee. Oh mein Gott. Entspann dich mal, Kollege. Alles ist gut. Alles ist gut. Ei, ei, ei. Warte mal. Das ist eins gegen eins. Oh, der hat den Garantwerfer in orange. Das Ding ist echt OP eigentlich. Okay, ich geh mal kurz ein Biggie und dann holen wir uns den letzten. Ich kann jetzt gar nicht glauben, was passiert eigentlich gerade? Was spiele ich überhaupt? Das ist einfach die alte Map. Ist gerade wieder 2018 oder was? Ich muss ganz schnell hoch hier. Ja, es gibt sogar echte Erfallen, sehe ich gerade. Die gibt es ja wirklich wieder. Also ich glaube, der wird da nie in den Leben reinlaufen. Aber ich mache die jetzt irgendwo einfach hier hin. Aber könnte er sein. Wo könnte er sein? Komm. Ich die Runde jetzt auch noch hole, ne? Das wäre die perfekte erste Runde. Es gibt noch so viel zu erkunden eigentlich. Ich bin im Kopf noch bei ganz anderen Orten gerade. Pfff, okay. Zone kommt. Wir müssen echt runter leider. Wo kann der denn sein? Wo kann der sein? Wo kann der sein? Ich werde aufgeregt. Pilz gönnen. Ähm. Ich glaube, er war out of zone. What? Als ob. Einfach win. Ne, oder? Ernsthaft jetzt? Was passiert hier? Was? Eine Runde. Oh ja, die Flickhills hatte ich zwölf. Boah, ist das einfach nur nice. Ich glaube, jetzt kriege ich auch direkt noch einen Gleiter oder so. Und da ist er. Zeitschirm. Ist das toll. Das war einfach nur nice. Ich glaube, ich schaue auch gleich noch ein paar alte Clips an von ganz früher. Das gibt dann noch mal mehr Flashbacks in die Zeit. Ah. 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 Vielen Dank.